Was in dieser Folge geschehen wird? Oh, dann haben wir doch den Asen. Oh, shit, Red. Jetzt hast du, glaube ich, echt verkackt. Dann habe ich mir gedacht, nee, was darf ich überhaupt? Abweidee der Allerechte. Oh mein Gott! Freunde, es wird wieder Zeit zu sweaten. Und ich denke, am besten sweaten kann man in sweaty sands. Der war richtig schlecht, ich weiß. Aber naja, wir erklären das schon irgendwie. Ich hoffe, ich habe hier eine gute Landung bei meinem Main-Gebäude hier. Ich weiß auch eigentlich immer gar nicht, wo man hier die meisten Kills macht. Ich lande halt immer eigentlich immer hier. Okay, Digger. Ich dachte, wir haben nicht so viel Zeit wasten. Headshot, 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 headshot. So, da haben wir doch den Asen. Ciao. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. weiter geht's eigentlich muss ich jetzt abchecken aber egal oder blumen der blumen kathastrophe gerade weiter geht's weiter geht's weiter geht's nein okay freund ich hoffe ich mache wieder nicht so einen dreckigen goofy wir gehen jetzt rüber nach lazy lake freunde ich hoffe ich fand ich wieder auf die schnauze okay meine landung ist okay digga wir brauchen auf jeden fall erst mal direkt eine waffe würde ich sagen eine kiste eine waffe irgendwas digga gib mir irgendwas mein gott wusste warum schießt man eine waffe dreckiger oh mein gott digga kriege ich auch was anderes dankeschön bitte danke bitte okay alles klar digga heute ist pistol day oh mein gott hätte der jetzt geschossen digga der hat jetzt richtig geweint die runde ist auf jeden Fall ganz knackig gerade merke ich die gute aus aber wir brauchen noch mehr da noch viel zu wenig kills digga noch viel zu wenig komm ich bin ein lazy man das ist hier das neue tilted komm schon meine güte mein starter von ihm gerade würde ich safe nicht mehr nachmachen können da war viel zu heftig wenn ihr einmal eine sache so gut gemacht habt danach habt ihr verkackt dann wisst ihr einfach ihr könnt das nicht nochmal so gut machen das ist genau so eine situation gerade hä hä War das knapp, Digga. Ich musste mich grad richtig konzentrieren. Das war grad echt so eine Situation, wo ich mir dachte, oh shit, Red. Jetzt hast du, glaub ich, echt verkackt. Dann hab ich mir gedacht, nee, Digga, was darf ich überhaupt? Ich hab beide alle echte. Oh mein Gott. Er hat gar nicht, oh, er hat gar nicht gecheckt, Digga. Er hat gar nicht gecheckt. Farmer ist halt echt eine starke Waffe, Digga. Aber blau würde ich sie immer schon nehmen, so. Gegenüber einer blauen M4. Der war echt gut gelasert. Oha. Okay, Digga. Jetzt fahren wir nochmal runter und sterben, Digga. Komm jetzt. Nein, diesmal nicht, Digga, diesmal nicht. So, dann haben wir den Hase an wie vor auch hier erledigt. Ich frag mich, ob da noch jemand ist, aber ich glaube, der hätte sich doch schon längst gezeigt, wenn da jemand wäre. Der Bus ist Richtung Holly geflogen. Das heißt, wir gehen noch Richtung Holly. Let's go, oder ziehst du ihn? Wir sind wieder auf Schlachter angelehnt, Freunde. Okay. Ey. Oh mein Gott. Bruder. Jetzt müssen wir Richtung, keine Ahnung, wollen wir zur Holti gehen? Oder Insel? Insel wäre ein smarter Move. Aber ich weiß nicht, ob da jemand ist. Zur Holti waren... Oh, da waren auf jeden Fall welche. Dreckiger. Warum muss man wieder mit einem Rocket Launcher spielen? Weißt du was? Jetzt kann ich das auch. Komm. Hoffen wir, wir klären uns nicht selber damit, aber wir klären das schon irgendwie. Oh mein Gott, habt ihr den Move gesehen? Habt ihr gerade gesehen, wie ich leben bekommen habe? Das war wie so ein Film, Alter. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe, aber ich habe gerade irgendjemanden heftig getötet. Okay. Ich glaube, hier ist gerade wieder was los, Digga. Da habe ich sogar den Typen mit dem Boot gesehen, ne? Der war doch gerade hier. Ist er abgehauen? Ja, besser für ihn aber auch, Digga. Ohne Witz. Dann haben wir den Hase erstmal hier abgesaved. Ich habe Angst, wenn ich in meinem Boot einsteige, dass ich gesnipet habe. Dann gehen wir aber erstmal wieder Richtung, boah, keine Ahnung, Digga. Ich denke, einige werden auch hier so gut außerhalb der Zone sein, weil sie von 20 Cent und so kommen. Deswegen überprüfen wir den Hasen auch einmal. Ah, Digga, kommt schon. Mein Boot, Digga. Mach kein Auge. Du bist das einzige Fahrzeug, was du besitze. Rocketman! Was? Was? Mach ich? Ich bin fast gestorben, weil ich da absolut falsche Laufensortierung hatte. Bruder, ich weine gerade. Dann nehmen wir noch ein Mad Kid mit. Für schwere Zeiten auf jeden Fall. Hier weit und breit, ob hier jemand noch ist, ne? Also hier sieht eigentlich alles clean aus. Die Seite haben wir abgesaved. Das heißt, wir können eigentlich weitergehen und machen ein bisschen weiter Action mit unserem Rocket Launcher. Auf eklig. Wir spielen heute so ein bisschen eklig. Man darf nicht immer so sauber spielen. Okay, gehen wir Richtung Weeping Woods oder so. Da waren wir noch gar nicht. Immer da hängen, wo man nicht war. Oder wollen wir Richtung Mittelinsel gehen? Weiß nicht, wollen wir Richtung Insel? Hm. Da hinten sieht jemanden. Er will mich snipen. Er will mich snipen, der Dreckige. Er will mich snipen. Oh mein Gott, das war zu knapp. Oh, die Baba-Waffe. Die spars 12, Bruder. Oh mein Gott, Dicker. Was so Baba-Waffen er jetzt hat. Oh mein Gott, Bruder. Danke. Wirklich, danke. Dann wollen wir sagen, gehen wir mal weiter. Ich bin jetzt 20 Kills, Dicker. Wenn wir so weiter machen, kriegen wir echt 20 Kills hin. Wo soll ich als nächstes? Mein Schiff ist One-Shot. Ich gebe mein Boot zu einem anderen Boot, Dicker. Wo bin ich noch? Da hinten ist ein Boot. Ich weiß, da vorne war auch noch ein Boot. Oh, Dicker, ich bin da richtig auf Jason Snedham angelehnt, Dicker, was ich gerade mache für Moves. Ja, guck mal, da hinten habe ich was gesehen, Dicker. Oh, meine Predictions. Ganz böse. Nein. 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 Oh mein Gott. Guten Morgen, erst mal. Sniper jetzt dort, Dicker. Interessant. Ich glaube, Sniper von zwei Seiten. Einmal dort und einmal dort, habe ich gerade gehört. Leute, die werden alle abfacken. Ich werde alle abfacken, sage ich euch. Die werde ich aber ordentlich abfacken. Oh, ich will nicht gesnipet werden. Ich habe nur Angst, gesnipet zu werden. Oh, ne, die fighten schon wieder und ich verpasse die schon wieder, ne? Guck mal, schon wieder verpasst. Schade, das war es mit den 20 Kills auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall mit den 20 Kills. Aber naja, Digga. Passt trotzdem, passt. Trotzdem geile Runde. Digga, okay. Dann haben wir den Hasen erstmal auch hier abgesaved. Alter, Dick, noch was Goldnes? Ah, da war eine goldene Tag. Eine goldene Tag ist eigentlich auch eine heftige Waffe. Ich bereue gerade, dass ich die nicht aufgenommen habe. Die goldene Sniper wäre heftig. Ey, ich muss mal einmal only gold alles haben. Das habe ich noch lange nicht mehr gehabt, dass wir alle Waffen gold waren. Das haben dich ja echt so gut limitiert, Digga, dass du halt nicht alles in gold findest. Finde ich aber cool, muss ich sagen. Dann wollen wir mal die Seilbahn nehmen, auch fairlich angelehnt. Wollen wir das versuchen? Oh. Kann das sein, Digga? Da ist jemand. Wenn wir den nicht gleich erwischen, Digga, dann heiße ich Franz Dieter. Oh, ihr Dreck ging, Digga. Nicht schlecht. Die Letzten machen das ernst, oder was? Oh, den habe ich getötet, oder wie? Ich habe einen Kill bekommen, Digga. Dankeschön. Oh mein Gott, meine Waffe hat nicht mehr geschossen. Ich kann nicht mehr bohnen. Ich kann nicht mehr bohnen. Oh mein Gott, Digga, war das knapp, man hat mich totgepressert, Digga. Ich war echt am Arsch gerade. Digga, diesmal war ich wirklich richtig am Arsch. Also ich habe wirklich Paranoia meines Lebens gerade bekommen. Das war unglaublich gerade. Das war wirklich unglaublich. Das war wirklich unglaublich gerade, was gerade passiert ist. Letzten Gegner machen aber ernst, muss ich sagen, Digga. Okay. Matt geht reinballern. Boah, Freunde, war das gerade eine richtig knappe Situation. Dafür alleine schon den Like-Button rasieren. Das war unglaublich, was gerade passiert ist. Oh mein Gott, der Retake, oh mein Gott, der Retake war behindert. Der war behindert. Die 90s, da war einfach alles so schnell, Digga. Da war einfach alles so schnell. Vorbei, Digga. Vorbei, Freunde. Das war wirklich eine richtig krasse Runde, Freunde. Das war für alle ein Like da. Das war wirklich unglaublich, Freunde. Richtig nice. Hat mir richtig gefallen. Richtig knackig, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da für mehr geiler Solo-Gameplays. Ciao.